Das ist Sendung Nr. 600. 599 ist wie versprochen Englisch, weil wir ja sagen, Deutschland ist schon tot, weiß es nur noch nicht, befindet sich also in einem wahrscheinlich unaufhaltsamen Aussterbensprozess, genauso wie Österreich und die Schweiz, also der deutschsprachige Raum, befindet sich in einem Aussterbensprozess, den wir wohl nicht aufhalten werden können, obwohl wir alle 20 Reformen dafür fertig haben und deswegen werden die deutschen Sendungen, will ich ja versuchen nur noch ganz kurz zu machen, denn ich habe den Eindruck, wir vergeuden nur unsere Zeit mit Deutschland und wer klug ist, kann ja auch die englischen Sendungen hören, die ja deutlich ausführlicher sind. Ja und dann die Tagesthemen, also unser Tagesbild, das muss ich richten. Sitzt es so gut? Ich glaube, so können wir es lassen. Ja, aber ich beginne mal mit den Tagesthemen. Ja, die Irreführer, Doktoren und Professoren, Thilo Sarrazin, Ulrich Kutschera, Markus Krall, Markus Krall, Hans-Werner Sinn, Fridays for Future, ja die Irreführer, ja sozusagen. Erst einmal ein großes Lob an Thilo Sarrazin und Ulrich Kutschera, dass sie immerhin versuchen, versuchen sozusagen, Evolutionsbiologie, Naturwissenschaft zur Grundlage politischen Denkens und politischer Entscheidungen und politischer Empfehlungen zu machen. Das ist super, da sind sie wirklich gut. Aber leider, leider, leider machen sie es zu ungenau und sind irgendwie doch noch verfilzt mit irgendeiner Deutschtümelei, mit einem Willen zur Erhaltung und Rettung der deutschen Kultur oder was auch immer, oder was auch immer das sein mag und so weiter. Das heißt, sie sind da nicht wirklich präzise biologisch, ja. Und deswegen werden sie wohl eher so, wenn es das Wort gäbe, wenn es als Wort so gäbe, würde man sie wohl, wenn, dann eher beschimpfen, so etwa als so etwas wie die Evolutionsbiologische Rechte, ja. Während man uns ja, wenn man uns beschimpfen will, zu Recht wenigstens einigermaßen zutreffend, ja eher sozusagen, wenn, dann werden wir beschimpft als die Evolutionsbiologische Linke oder ihr seid ja Grüne oder ihr seid ja SPDler. Ja, weil wir eben nicht solche Fehler machen, wie Kutschera und Sarrazin, ja. Ich mache nur mal ein Beispiel. Ein Beispiel ist zum Beispiel Genderismus, ja. Gender Mainstreaming oder was auch immer, ja. Da geht Kutschera aggressiv gegen an. Bei Sarrazin habe ich ja schon vieles gesagt, was er für Fehler macht in den letzten Sendungen. Aber bei Kutschera, der greift, warum kritisiere ich denn sowas? Ja, warum mache ich nicht einfach, dass ich sage, evolutionsbiologisch empfiehlt sich, dass Frauen grundsätzlich um so viel Prozent geringer besteuert werden, wie der Unternehmer abziehen muss am Gehalt der Frauen für das Risiko, dass sie eventuell wegen Schwangerschaft ausfallen. Der Staat muss also Frauen grundsätzlich niedriger besteuern. Also Frauen müssen grundsätzlich niedrigere Steuerklassen bekommen als Männer, damit sie eben sozusagen den Ausgleich haben. Denn das Risiko für das Schwangerwerden darf niemals ein Unternehmen tragen, sonst würde es ja versuchen, nur mit Männern zu arbeiten. Sondern wenn ein Unternehmen bereit sein soll, auch Frauen arbeiten zu lassen, dann muss man ihnen erlauben, entweder niedrigere Gehälter zu geben, also ihnen erlauben, niedrigere Gehälter den Frauen zu geben und dann gleicht der Staat das aus, indem er dann bei den Frauen niedrigere Steuern erhebt. Und schon haben die Frauen faktisch genauso viel Geld in der Hand wie die Männer. Und dann haben wir Gleichberechtigung erreicht, ohne dass irgendein Schaden angerichtet ist. Und dafür muss ich mich doch nicht mit dem Gender-Mainstreaming anlegen. Professor Kutscherak erkennt ja richtig so, dass sowieso die echte Wissenschaft ist nur die Naturwissenschaft. Und alles, was nicht im Lichte der Evolutionsbiologie in jedem zweiten Satz beleuchtet wird, ist ja gar keine Wissenschaft. Das ist alles Pseudowissenschaft. Und unsere Universitäten sind zugegebenermaßen voll von solcher Pseudowissenschaft. Ja, das würde ja durch unsere eine unserer 20 Reformen, die Hochschulreformen, würde das verschwinden. Das würde alles verschwinden, weil das ist alles Pseudowissenschaft, die niemanden nutzt, außer dem, der sie betreibt. Ja, und da Geld dafür kassiert. Das ist quasi, Pseudowissenschaft ist eine Form des Sozialparasitismus. Und das müssen wir natürlich beenden. So. Und wenn wir das Problem lösen wollen, dann brauchen wir doch nicht irgendwie weder den Feminismus noch das Gender-Mainstreaming, oder wie auch immer das heißt, anzugreifen, sondern wir brauchen doch nur hingehen und sagen, ja. Ab dem Moment, wo eine Frau ein Baby bekommt, wird sie zwischen 10, zum Beispiel 10 und 100 Prozent steuerfrei gestellt. Also sie kriegt eine, wie nennt sich das, Steuerfreibeträge, riesige Steuerfreibeträge. Das heißt, dass das motiviert, besonders beruflich erfolgreiche Frauen, Kinder zu bekommen. Und dann kriegt der Arbeitgeber einen Staatszuschlag, Zuschuss, dafür, einen Verdienstzuschuss, dafür, dass er die Frau mit dem Baby am Arbeitsplatz weiterarbeiten lässt. Die Frau kriegt auf Staatskosten, kann sich unter Hunderten eine, ihr passende, genehme Kindersekretärin aussuchen, die zwischen, und der Unternehmer kriegt auf Staatskosten einen fürstlichen Betriebskindergarten finanziert, sodass dann also die Mutter ihr Baby am Arbeitsplatz stillen kann. Dann kann sie dabei vielleicht der Kindersekretärin was diktieren. Und die tippt das in den Computer oder so. Und dann nimmt die Kindersekretärin wieder das Baby und geht mit dem in den Betriebskindergarten und so. Läuft alles harmonisch ab und keine Frau muss mehr aus Angst vor einem Karriereknick auf Kinder verzichten oder die Eizellen einfrieren oder alles Mögliche machen und so weiter. Und dann kriegen wieder unsere klugen Frauen wieder wenigstens ein paar Kinder. Die klugen Frauen müssen ja ungefähr, Kutschera sagt sowas von 2,1 Kindern im Durchschnitt, naja, wenn dann also unsere weniger klugen Frauen eher weniger Kinder bekommen, dann könnte man sagen, vielleicht auch etwas mehr als 2,1 Kinder. Wobei es ja vielleicht auch sinnvoll ist, dass die deutsche Bevölkerung generell schrumpfen sollte, aber eben nicht ohne Qualitätsverlust sozusagen. Nicht ohne, dass der Durchschnitt der Gehirngrößen in Deutschland noch weiter absinkt. Ja, ich will damit sagen, also Professor Kutschera könnte auch, ohne sich so viel Feinde zu machen, doch einfach sachlicher argumentieren, noch biologischer argumentieren und noch biologischer erklären und dann würde er auch, wie wir, eher vielleicht als evolutionsbiologische Linke eingestuft werden. Oder er braucht doch nur so wie wir. Zum Beispiel, wir beziehen uns ja ganz bewusst eben auch auf Professor Franz de Waal, der ja ausführlich mit solchen Worten wie, ja, die machen ja make love not war und das funktioniert doch auch noch einigermaßen und ja, das sind ja richtige Hippie-Affen, die Bonobos und das ist ja wie so, und die sind ja auch irgendwie matriarchal, ja. Also matriarchale Hippie-Affen, die make love not war praktizieren, das ist eben echter Kommunismus. Deswegen sprechen wir dann ganz bewusst vom echten Bonobo-Kommunismus und davon, dass es eben viele Hinweise gibt, dass der Mensch eigentlich auch ein Bonobo-Kommunist ist. Ja, der zweite Bonobo, geboren für den Bonobo, genetisch geschaffen für den Bonobo-Kommunismus. Und schon wird jeder, der sie trifft, wird sie beschimpfen als, ach, das sind ja Kommunisten. Da müssen wir antworten, nein, wir sind keine Pseudo-Kommunisten, wir sind für den echten Kommunismus, den biologischen, evolutionsbiologisch-logischen Kommunismus. Oder dann, wenn, 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 Kutschera könnte doch auch, wie wir sagen, ja, hoppla, wir verstehen, dass evolutionsbiologisch freier Markt und freie Arbeitsteilung ungünstige ökologische Nischen darstellen, im Rahmen derer sozusagen Irrtümer sich als vorteilbringend erweisen können und dann ungeheuer kopiert und multipliziert werden können, sodass unser aller Leben zerstört wird. Also müssen wir freien Markt und freie Marktwirtschaft beenden und dürfen auf keinen Fall die bisher bekannte Pseudo-Planwirtschaft einführen, sondern müssen eine echte Planwirtschaft mit Hilfe von Wohlfühlstimmen, wie ein sogenanntes planwirtschaftliches Schutzdach, mit Hilfe von Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, Wirtschaftswunderdaten und anderen Steuerelementen schaffen, damit in den ökologischen Nischen die entsprechenden Anreize vorliegen, anderen Menschen aufgrund von Wahrheiten Gutes zu tun. Und schon wird jeder sagen, ach, diese scheiß Planwirtschaftler und scheiß Kommunisten, aber niemand wird mehr auf die Idee kommen, Herr Professor Kutschera, sie dann als rechtsradikal einzustufen oder auch Herrn Sarrazin zu beschimpfen als Nazi und so weiter. Also bitte, Sarrazin und Kutschera, bitte werden Sie besser biologisch, kooperieren Sie. Ich habe auch Peter Weber angemeldet mit Hallo Meinung, der ja Kutschera interviewt hat und auch ein Talkshow mit Sarrazin zusammen machen möchte. Ja, machen Sie mit den Next Scientists for Future sozusagen Talkshows und lassen Sie sich noch die Tiefen der modernen Evolutionsbiologie beibringen und dann wird man sie eher als die evolutionsbiologische Linke beschimpfen und nicht mehr als die evolutionsbiologische Rechte. Und lassen Sie diese Deutschtümelei, machen Sie sich noch mal klar. Adolf Hitler mit seinem super kleinen Gehirn dachte, wenn er deutschtümelt und Deutsche über alles macht, dass er dann Deutschland stark und groß machen würde. Genau das Gegenteil ist der Fall. Er hat die deutsch-jüdische Intelligenz ermordet und außer Landes getrieben und hat dadurch die durchschnittliche Gehirngröße in Deutschland abgesenkt. Er hat Deutschland dümmer gemacht und war einer der Sargnägel, weswegen wir sagen, dass Deutschland jetzt ausstirbt, als Folge auch von Adolf Hitler. Also bitte hören Sie auf mit diesen Deutschtümeleien und Deutschkultur. Was wollen Sie denn erhalten? Die deutsche Kultur, die Rest-Nazikultur, die Deutschland noch in sich hat oder was wollen Sie da erhalten? Ja? Machen wir doch ganz saubere Evolutionsbiologie ohne Deutschtümelei und ohne angebliche gute deutsche Kultur. Was ist denn an der guten deutschen Kultur gut? Dass sie freien Markt hatte und freie Arbeitsteilung, die Adolf Hitler hervorgebracht haben? Was soll denn daran gut sein? Ja? Hören Sie doch auf mit damit. Sondern sprechen Sie und diskutieren Sie mit der Evolutionsbiologischen Linken, lernen Sie davon und dann wird man Sie auch nicht mehr als Nazi beschimpfen. Die Sie ja sicherlich nicht sind, aber Sie sind nicht weit genug von den Nazis entfernt mit Ihrer Deutschtümelei. Ja? Also das ist das Problem. So, dann lese ich mal weiter hier. Ich gucke mir nur gerade nochmal an, was bei den Tagesthemen steht. Ja, damit ist alles gesagt. Und freier Markt und freie Arbeitsteilung sind eine unvorteilhafte ökologische Nische, was eben Markus Krall, der auch zu wenig, er redet auch von Evolutionsbiologie, versteht sie aber auch nicht tief genug. Und Professor Hans-Werner Sinn redet erst schon mal gar nicht von der Evolutionsbiologie und versteht sie deswegen noch weniger oder fast genauso wenig. Und Fridays for Future versteht auch nicht, dass man mit freiem Markt und freier Arbeitsteilung niemals das Klimaproblem in den Griff kriegen kann. Und den freien Markt beenden kann man eben nur, indem man ein planwirtschaftliches Schutzdach, also echte Planwirtschaft, statt Pseudoplanwirtschaft einführt. Und deswegen müssen sie mit der Evolutionsbiologischen Linken von den Next Scientists for Future zusammenarbeiten. Eine andere Chance gibt es nicht. Und die führen uns alle in die Irre. Fridays for Future, die führen uns in die Irre. Also Markus Krall und Hans-Werner Sinn führen uns in die Irre, den freien Markt zu behalten. Und Fridays for Future führen uns in die Irre. Greta Thunberg, Luisa Kala und Jakob Blasel und wie sie alle heißen, führen uns, der war jetzt, glaube ich, in der Fernsehsendung bei Maischberger, glaube ich. Aber ich schaue mir sowas gar nicht mehr an. Ich kann das ganze inkompetente Gerede, dieses Irrtumsgerede mir natürlich nicht immer wieder anhören. Das Fridays for Future will den Staat in die Irre führen oder würde den Staat in die Irre führen, denn ohne das Wirtschaftswunder der Next Scientists for Future von 500 Milliarden Euro jährlich auf Dauer sich eine Vorreiterrolle beim Klimaschutz zu leisten, ist ein ökonomischer Selbstmord. Und genau weil das alle begriffen haben, macht niemand in der Welt was. Das können nur die Next Scientists for Future beginnen. Und die können nur bekannt werden, indem Fridays for Future sie bekannt macht oder irgendjemand sonst sie bekannt macht. bis jetzt kennt, hat in Deutschland im deutschsprachigen Raum nur einer, ein Prozent, also einer von 100 Menschen irgendwas mal gehört, was irgendwas mit den Next Scientists for Future assoziiert ist in irgendeiner Weise. Das ist zu wenig. Ja, dadurch haben wir keine Chance. Ja, aber wie gesagt, vielleicht klappt das ja übers Englisch, weil vielleicht ist es eben so, dass die durchschnittliche Gehirngröße im deutschsprachigen Raum besonders nach Hitler viel zu klein ist, die durchschnittliche Gehirngröße. Ja, das reicht vielleicht mal als Kritik, weil wie gesagt, Deutschland ist ja eh schon tot. Und dann mal was für den Bundestag. Ja, also es war erschreckend, einfach wieder zu hören, auf welchem, wie gesagt, ohne jegliche, ein Politiker müsste in jedem zweiten Satz sagen, und aus evolutionsbiologischer Logik heraus sind die Dinge so und so und deswegen muss unsere politische Entscheidung so und so lauten. Und das kommt nicht ein einziges Mal vor im gesamten Bundestag. Ich klicke sowas natürlich nur noch im Schnelldurchgang durch, weil ich so sozusagen, ja, das ist anti-wissenschaftliche, ja, man versucht einen Staat anti-wissenschaftlich zu regieren. Man braucht unsere evolutionsbiologische Politikwissenschaft, unsere neue echte, neue echte naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre NVWL. Ohne das kann man keinen Staat erfolgreich regieren. Ja, die Politik muss aber natürlich notwendig ideenlos sein, da es nicht in der Bevölkerung nicht genügend Leute mit großen Gehirnen gibt, dass die Ideen der Next Scientists for Future von ausreichender großer Zahl aufgegriffen werden. Und ja, und daraus resultiert das Problem. Also, wir können nicht immer nur auf die Politiker zeigen, es ist ja die Intelligenz der Masse, der Zuschauer. 130.000 Klicks, 150.000 Leute haben Sendungen, 160.000, 70.000 Leute haben Sendungen von Next Scientists for Future angeklickt. Aber nicht 170.000 haben das abonniert, ja. Das bedeutet also, dass die meisten überhaupt nicht verstanden haben, von was wir reden und haben sich trotz mit ihrem kleinen Gehirn in ihrem Größenwahnsinn für schlauer gehalten als die besten 23 Professoren und Doktoren und so weiter der Welt, ja. Das ist eben so. Und das bedeutet eben, dass Deutschland tot ist, ja. Weil wenn es nicht mehr genügend große Gehirne gibt, dann kann das nichts mehr werden, ja. Und jetzt können wir nur noch auf den Rest der Welt setzen, ja. Deswegen Englisch. Also schauen Sie, wenn Sie mehr wissen wollen, immer die englischen Sendungen, ja. Ja. Dann haben wir hier, was steht denn hier noch? Ja. Und jetzt muss ich noch die Notbremse zeigen. Retten Sie parallel dazu wenigstens Ihr Leben, ja. Wenn Deutschland stirbt, müssen Sie ja nicht selber stirben. Sie können ja gesund werden und dann auswandern. Und zwar, wo finden Sie das? Also wo finden Sie, Sie gehen hier hin. Sie googeln also Weltrat der Weisen Forum. Dann kommen Sie hier hin. Gehen hier hin. Och so, das sitzt nicht in der Mitte. Och so, geht aber nicht in die Mitte. Aber ich hoffe, Sie können es lesen. Hier steht zum Beispiel dann Gesundheitstipps und Neues. Und da klicken Sie drauf. Und dann haben Sie hier, da steht es. Retten Sie Ihr Leben durch die Notbremse, ja. Das ist der Weg, wie Sie die beste Chance haben, so abzunehmen, dass Sie in den gesunden Bereich kommen und dann den gesunden Bereich halten können. Ich habe schon einige Kilo abgenommen, also bei mir funktioniert es. Ich habe kein Geld da. Ich habe kein Essen da. Ich habe gar nichts. Ich habe keinen Weg da, an Essen zu kommen durch diese Notbremse, ja. Und deswegen esse ich jetzt auch nichts, ne. Gestern Abend war es ein bisschen unangenehm, aber heute geht es mir richtig schon besser. Und es wird vielleicht heute Abend nochmal ein bisschen unangenehm. Und dann hat sich der Körper auf Fasten umgestellt. Und dann höre ich erst auf, wenn ich bei 92 Zentimeter Bauchumfang, also der gesunde Bereich ist unter 94 Zentimeter für Männer und unter 80 für Frauen. Aber das können Sie ja alles hier nachlesen. Also 92, Sie sollten grundsätzlich demnächst um 92 pendeln. 92 bis 94 bei Frauen zwischen 76 und 80, sodass Sie immer im gesunden Bereich sind. Und mehr Pendelausschläge sollten Sie nicht zulassen, ja. Also ungefähr 4 Zentimeter pendeln, ja. Und ja, und da steht die genaue Bedienungsanleitung, wie Sie diese Notbremse vollziehen können. Und gesunde Ernährung haben Sie hier sowieso erklärt, sehen Sie ja, hier haben Sie wie viele Sendungen, die gesunde Ernährung erklären mit den Professoren, mit Dr. Med. Ludwig, Manfred, Jakob und so weiter. Hier haben Sie massig Material, wie Sie wenigstens, wenn schon Deutschland stirbt, selber verhindern können, Sie wissen, dass Sie vorzeitig sterben und Sie sind auf dem Kurs zum vorzeitigen Sterben aller Wahrscheinlichkeit nach. Denn wer von Ihnen oder denken Sie, dass Sie bei Ihrem Lebensstil 127 werden? Garantiert nicht. Aber hätten Sie den richtigen Ernährungs- und Lebensstil, würden Sie 127 werden. Nur, das werde wahrscheinlich noch nicht mal ich schaffen können, ne. Also, lernen Sie, studieren Sie von denen, die es können. Und das ist alles kostenlos, weil die, die es wirklich können, die machen keine Abzocke mit Ihnen, ne. Ja, ich glaube, wo ist unser Tagesbild, das war's schon wieder, denn die deutsche Ausgabe will ich ja so kurz wie möglich halten, denn warum soll ich mit einem Toten reden? Und wer in Deutschland klug ist, der kann auch die englischen Stoß hören, ne. Und alles schneller drehen, bitteschön. Tschüssi, bis bald.